Musik Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste, liebe Freunde für Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Im Namen der Wissensmanufaktur, im Namen von Andreas Popp, möchte ich euch alle recht herzlich begrüßen hier an diesem wunderbaren Tag hier in der tollen Stadthalle in Walsrode. Es ist mir ein großes Fest, heute hier dabei zu sein. Ich habe auch noch so einen guten Platz erwischt. Also es ist ein großer Tag, der vor uns liegt. Aber bevor es losgeht, habe ich ein interessantes Zitat gefunden, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Und zwar ist es von einem Nobelpreisträger für Medizin aus Brasilien. Das war das Zitat des Jahres schon vor einiger Zeit. Der Mann heißt Rauzio Varela und der hat gesagt, in der heutigen Welt wird fünfmal mehr Geld in Medikamente für die männliche Potenz und Silikon für Frauen investiert, als für die Heilung von Alzheimer-Patienten. Daraus folgernd haben wir in ein paar Jahren viele alte Frauen mit großen Brüsten und alte Männer mit harten Erektionen, aber keiner von denen kann sich daran erinnern, wozu das eigentlich gut ist. Das ist ein bisschen eine Beschreibung unserer heutigen Zeit. Und es hat natürlich mit uns nichts zu tun, aber das lockert natürlich die ganze Atmosphäre. Wir haben uns natürlich heute versammelt, weil wir uns viele große Fragen stellen. Jeder von uns ist mehr oder weniger aufgewacht in unserer heutigen Zeit. Und ich beschäftige mich auch mit sehr vielen Fragen und ich habe vor kurzem eine Frage aufgeschnappt. So ein philosophischer Gedanke. Es geht in die Richtung, wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand ist vor Ort, macht es dann trotzdem ein Geräusch. Das ist also wirklich ein sehr philosophischer Gedanke und es gibt dann sogar noch eine Erweiterung von diesem Gedanken. Das habe ich neulich erst aufgeschnappt. Wenn ein Mann allein im Wald seine Meinung sagt und keine Frau hört zu, hat er dann trotzdem Unrecht. Also das ist wirklich... Es sind natürlich diese großen philosophischen Fragen, die wir uns stellen und ich habe den ganzen Tag Fragen im Kopf. Zum Beispiel, wieso kann eine Fliege durch so einen dünnen Fensterspalt fliegen und dann stundenlang nicht mehr zurück? Das habe ich noch nie verstanden. Oder wenn Sie ein paar neue Socken kaufen und Sie versuchen, die auseinanderzureißen, wieso ist der Faden, der die Socken zusammenhält, stärker wie das Garn? Ich verstehe das nicht, was das Konzept dahinter ist. Aber wir haben natürlich auch andere Fragen, die wir uns permanent stellen. Zum Beispiel, wenn ich morgen Abend den ersten Adventskranz anzünde, die erste Kerze anzünde, dann wird sich innerhalb von wenigen Minuten die Konzentration von Stickoxiden in meinem Wohnzimmer auf 900 Mikrogramm pro Kubikmeter verändern. Da hat niemand ein Problem damit, aber wenn ich meinen alten Diesel einschalte und 40 Mikrogramm am Mittleren Ring in München produziere, dann kriegt die EU einen Anfall und verklagt Berlin. Also ich verstehe das nicht. Oder wieso hat Klaus Kleber im August 2016 in den Nachrichten gesagt, es tut ihm leid, aber es gab viel Kritik, weil der Krieg im Jemen wenig Beachtung findet. Das ist einfach, weil so viele andere wichtige Dinge auf dieser Welt passieren. Und das sagt er drei Wochen nach Olympia 2016, nach Volleyball, Synchronschwimmen und Gedöns. Also das ist eine der vielen Fragen, die ich mir stelle. Oder warum sitzt Julian Assange seit sieben Jahren mehr oder weniger jetzt in Einzelhaft in der Botschaft von Ecuador in London? Wer hat da ein Interesse dran? Und wie viel hat die englische Regierung mittlerweile ausgegeben für die Polizisten, die das Gebäude vorne und hinten bewachen? Das sind natürlich auch Fragen, die ich mir stelle. Aber die wohl wichtigste Frage, die ich mir stelle, ist, warum hat die amerikanische Regierung für die Zigarrenspiele von Monica Lewinsky und Bill Clinton 40 Millionen Dollar ausgegeben, aber für die Erforschung des 11. Septembers nur 15 Millionen? Das ist eine wirklich große Frage, die mich antreibt. Und natürlich das ganze Thema des 11. Septembers ist natürlich auch ein Grund, warum viele von uns hier hinsitzen. Das ist nicht unser heutiges Thema. Aber wir haben heute andere Fragen, die uns beschäftigen. Und ich habe im Vorgespräch mit einem unserer Gäste, der Professor Bolz, der heute auch noch kommen wird, habe lange mit ihm telefoniert und der hat dann eben auch gesagt, ja, es gibt eine Sache, die man sich nicht anlesen kann und das ist Mut. Also egal, wie viele Bücher Sie lesen, Mut können Sie sich nicht anlesen. Entweder haben Sie ihn oder Sie haben ihn nicht. Und ich möchte, ohne Ihnen jetzt zu sehr den roten Teppich ausbreiten zu wollen, sagen, dass Sie alle ziemlich mutig sind, dass Sie heute hergekommen sind und sich all diese wunderbaren Vorträge anhören werden. Wir werden heute viel erfahren. Es wird viele neue Informationen geben. Es gibt Antworten auf drängende Fragen, aber vielleicht gibt es auch neue Fragen, die sich daraus ergeben. Aber egal, was Sie heute Abend mitnehmen, bleiben Sie in Ihrer Mitte. Bleiben Sie mit sich und Ihrem Umfeld im Reinen und dann gehen Sie mit einem guten Gefühl nach Hause. Und dazu kann ich Ihnen wirklich nur gratulieren, dass Sie heute aufgetaucht sind. Es freut mich wunderbar, dass Sie heute alle hier sind. Herzlichen Dank. Ach, was für ein großartiger Tag. Ich kann es gar nicht fassen. Kommen wir zu unserem ersten Redner heute. Dr. Hans-Joachim Maaz, der blickt auf die Menschen in unserem Land durch die Augen eines Arztes, eines Psychiaters und eines Psychoanalytikers. Und wenn wir als deutsches Volk bei ihm auf der Couch liegen, dann attestiert er uns eigentlich eine Normopathie. Und auf die Frage, was das ist, hat er mir geantwortet. Also Normopathie ist eine Gesellschaft, die die Fehlentwicklung nicht mehr wahrnimmt, weil eine Mehrheit sich der Störung gar nicht mehr bewusst wird. Und daraus ergibt sich dann ein gewisser projektiver Hass, dass also die eigenen Fehler gar nicht mehr erkannt werden. Und man versucht eben dann, andere zu bekämpfen, indem man seine eigenen Fehler gar nicht wahrnehmen möchte. Und das ist natürlich dann auch der Grund, warum es dann in unserem Land immer mehr zu der Jagd nach Sündenböcken kommt. Also es gibt eine gewisse Selbstentfremdung in der Gesellschaft. Und das ist eben ganz typisch für dieses pathologische Bild der Normopathie. Ja, und er sieht natürlich dann im Kampf gegen rechts ein klares Anzeichen für diese Fehlentwicklung. Und der Versuch, sich eben auf der richtigen Seite zu wehnen, damit man seine eigenen Fehler nicht wahrnehmen muss, das können wir erleben in unseren Medien, in den ganzen Kampagnen, die wir in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Monaten, so erleben konnten. Ja, und er stellt sich dann natürlich die Frage, wo liegen denn die Fehler oder die Ursachen für diese Fehlentwicklung? Wieso gibt es in unserer Gesellschaft heutzutage genau diese Spaltungen? Und vor allem, welche Wege gibt es, sie zu überwinden? Und darüber spricht er in seinem Referat von der Demokratie zur Diktatur der Irrationalität. Und herzlich willkommen, Dr. Hans-Jorchi Marz. Viel Erfolg, alles Gute. Vielen Dank, lieber Herr Stein. Sie haben es mit Ihren Anekdoten mir leicht gemacht, den Ernst, den ich jetzt vorhabe, Ihnen vorzutragen, also nicht ganz so schwer zu nehmen. Lieber Andreas Popp, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin hier zwar eingeladen als ein gewisser Experte für psychodynamische, psychoanalytische Deutungen und Analysen, aber ich stehe eben nicht nur als Experte hier, sondern eben auch als ein Betroffener, also als einer, der auch Opfer ist und Täter ist. Ich kann nicht über uns oder die Menschen sprechen, ohne mich selbst dabei einzubeziehen. In 40 Jahren meiner ärztlichen, psychiatrisch-psychoanalytischen Tätigkeit ist mir nichts Menschliches mehr fremd. Und im Grunde genommen bin ich zutiefst beunruhigt. Also ich gehöre zu der Sorte, die jetzt so diffamiert werden, der besorgte Bürger. Ich bin ein besorgter, ich bin aber auch ein empörter Bürger und manchmal verzweifelter, weil das, was ich weiß über Menschen, eigentlich nicht wirklich angenommen, akzeptiert wird, gehört wird. Das macht mich manchmal sehr ärgerlich und eben manchmal auch ein bisschen ohnmächtig. Ich will meinen Vortrag mit einigen Zitaten illustrieren. Damit sind eigentlich schon die Pfähle gesetzt über das, was ich Ihnen sagen will. Ich könnte mit den Zitaten eigentlich dann auch schon aufhören, weil alles gesagt ist, aber ich wäre nicht maz, wenn ich mich damit begnügen könnte, ohne zu versuchen, eine Analyse dieser doch bedeutungsschweren Aussagen zumindestens zu versuchen. Das erste Zitat fand ich bei Oskar Röhler aus seinem Buch Die Selbstverfickung, als er in Anlehnung an Franz Kafkas die Verwandlung schreibt, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, stellte er fest, dass er nicht mehr linksliberal war. Und das war in dieser Gesellschaft schlimmer, als sich in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt zu haben. Die zweite schwerwiegende Zitat stammt, oder wird zumindest Ignacio Silone nachgesagt, einem italienischen Schriftsteller und Kommunisten der Kommentaren, gelebt von 1900 bis 1978. Er hat gesagt, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Nein, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Jetzt zitiere ich einen, der eigentlich nicht so in meiner Linie liegt, der als linksliberal gilt, der Jakob Augstein, der Verleger vom Freitag. Von ihm stammt der doch bemerkenswerte Druckausspruch, Was dem Sozialismus nie gelungen ist, den Westen in die Enge zu treiben, dafür hat der globalisierte Kapitalismus nur wenige Jahre gebraucht. Er ist der Zynismus, ich würde sagen der Narzissmus, den die Eliten selbst vertreten und denen sie dann aber den Wählern überhelfen. Der Erfolg der Rechten ist das Fieber Europas. Die Rechten sind nicht die Krankheit, sie sind das Symptom. Die AfD ist kein Unfall des Systems, sondern seine notwendige Konsequenz. Noch ein Zitat von Peter Scholler-Tour. Wer Kalkutta aufnimmt, rettet nicht Kalkutta, sondern wird Kalkutta. Und eins von Anna Arendt, da muss ich vielleicht eine kleine Pause machen, damit Sie das verdauen können. Mich hat das ins Mark getroffen. Ganz kurz, keiner hat das Recht zu gehorchen. Und jetzt noch zum Abschluss, ich will ja zur Irrationalität kommen. Ich habe ein Plakat gesehen. Barmbeck ist vielfältig und offen für das Anderssein. Damit das also so bleibt, müssen wir gemeinsam rechtsextremen Gedankengut entgegentreten, wo immer es in Erscheinung tritt. Wie irrational kann eine solche, die kriegen es nicht mal mit. Gut. In meiner persönlichen Geschichte, ich bin also 43 geboren, zweijährig, also im Sudetenland, nach Sachsen vertrieben, dort aufgewachsen. Die Traumatisierung meines frühen Lebens ist mir jetzt in den letzten Jahren erst noch mal so richtig auf die Füße gefallen. Also mit der Frage Heimatverlust, Kulturverlust. Das ist das, was mich umtreibt, wo ich nach Verständnis suche. Und ich habe mich in der pubertären Auseinandersetzung mit den Eltern natürlich gefragt, wie war denn das mit dem Nationalsozialismus? Wie habt ihr euch verhalten? Ich habe angefangen, mich zu fragen, und wie hätte ich mich verhalten? Keine Antwort bekommen. In der DDR wurde das Thema nicht bewegt. Es gab in der DDR ab sofort, Stunde Null, keine Nazis mehr. Das fiel mir schon als junger Mann auf. Wo waren die denn hin? Es hieß, alle in den Westen geflüchtet. Aha. Damit war dann zunächst eine erste Erklärung. Ah ja, aha, Eliten des Nationalsozialismus haben real am Anfang die Bundesrepublik mit aufgebaut. Wie kann das gehen? Was sind das für Menschen? Wie ist ein solches Wendeheißsyndrom möglich? Und zum zweiten Mal bin ich nach unserer Wende die Revolution, die wir nicht zu Ende geführt haben, die wir aufgegeben haben, wir kollektiv in den Westen übergelaufen sind, in einer illusionären Hoffnung, peinlich 100 D-Mark Begrüßungsgeld und ein paar Bananen entgegengenommen zu haben und zu glauben, das wird jetzt das bessere Leben. Ich gestehe, ich habe das Geld auch genommen, ich habe es aber später wieder zurückgegeben. Es war mir zu unangenehm. Aber auch da die Frage, wie konnte es sein, dass die ehemaligen Bonzen, selbst die Stasi, plötzlich im Vereinten Deutschland, Manager, Beamte wurden, also erneut war ein Wendeheißsyndrom möglich. Das hat mich natürlich jetzt als Psychotherapeut beschäftigt. Wie geht so etwas? Wie kann man von einem Tag zum anderen sozusagen das vertreten, was man ein voriges Leben bekämpft hat? Wie kann man mit dem Klassenfeind plötzlich befreundet sein und selbst zum Klassenfeind werden? Ich habe mal Gelegenheit gehabt, mit dem ehemaligen Verteidigungsminister Rühe, war ich eingeladen nach meinem Gefühlsstau bei Helmut Schmidt und ihn gefragt, wie es denn mit der Bundeswehr hält mit den NVA-Offizieren. Da hat er geschwärmt. Er sagt, das sind die besten Soldaten, die man sich denken kann. Die verstehen noch was von Befehl und Parieren und so weiter. Also auch da war es offensichtlich überhaupt keine Schwierigkeit, das Personal zu wechseln, einfach mit der Uniform. Nun, damit begann für mich eine Auseinandersetzung, was hat es eigentlich mit Demokratie auf sich? Uns Deutschen ist 1945 Demokratie verordnet worden von den Siegermächten und, wie gesagt, mit den Eliten des Nationalsozialismus zum Teil auch aufgebaut worden. Uns Ostdeutschen ist nach 1989 Demokratie verkauft, geschenkt, eingeredet worden, wie man das immer auch sehen mag. Also, es gibt offensichtlich die Möglichkeit, eine äußere Demokratie zu gestalten. Aber, wenn man das Wendehalssyndrom nimmt, können diese gewendeten Menschen ja keine Demokraten sein. Es muss also so etwas geben wie eine innerseelische Demokratie, nach der ich danach angefangen habe zu forschen. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen äußerer und innerseelischer Demokratie? Und Freud, unser alter Meister, dem ich nicht mehr so sehr anhänge, ich bin eher Willem-Reich-Anhänger, hat mit der einfachen Formel, wir sind nicht Herr im eigenen Haus. Damit hat er ja im Grunde genommen das Bewusste vom Unbewussten getrennt. Und damit war aber klar, es gibt ein Zusammenspiel oder eine Motivation unseres Verhaltens aus unbewussten Motiven. Und nach der Wende fiel mir auf, dass unsere Klientel neue Störungen hatte. Also, offensichtlich war die DDR ein System, das strukturschwachen Menschen Halt gegeben hat. Durch die politische Enge, durch die staatliche Fürsorge, waren die Menschen irgendwie gehalten, wenn auch mitunter mit geballter Faust in der Tasche. Und plötzlich mit dem Westen, mit der Forderung, jetzt bewege dich endlich, setz dich durch, behaupte dich, mach was aus dir, wurde vielen Menschen deutlich, dass sie das gar nicht innerlich vermögen, dass sie gar nicht die, wie wir sagen, strukturelle Substanz haben, um sich so autonom zu verhalten. Also habe ich angefangen, die sogenannten frühen Beeinflussungen, die Frühstörungen zu untersuchen, die aus Menschen solche Strukturstörungen verursachen. Und, das will ich jetzt mal gleich sagen, es gibt überhaupt keinen wissenschaftlichen Zweifel mehr. Also Entwicklungspsychologie, Bindungsforschung, Säuglings-, Kleinkindforschung, Hirnforschung, haben hinreichend gesichert, wissenschaftlich gesichert, die Bedeutung der frühen Beziehungsqualität. Also das, was wir als Erwachsene sind, wird im Wesentlichen in den ersten drei Lebensjahren festgelegt. Die Hirnforscher, die ja untersuchen, wie sich auch neuronale Vernetzungen in unserer Gehirnentwicklung bilden, sprechen dann von neuronalen Autobahnen. Das, was wir Menschen an Beziehungsqualität am Anfang erleben, bedeutet eine neuronale Autobahn, auf der wir dann ein Leben lang fahren. Ganz profan gesagt, sind die ersten Beziehungen schlecht, dann haben wir sozusagen eine neuronale Abbildung. Das Leben ist schwer, ist schlecht, ich schaffe das nicht. Und das positive Gegenteil wäre, wenn wir in Liebe aufwachsen könnten, hätten wir eine Autobahn, ist es alles gut, wir schaffen das, wir sind freundlich zueinander. Mit dieser wissenschaftlichen Aussage war mir klar, und auch mit dem Wissen, dass in der DDR bis 86% der Kinder in der Krippe waren, mitunter schon vor dem ersten Lebensjahr und mitunter auch als Wochenkrippe, von Montag bis Freitag. Und wir hatten damals schon die Folgen zu erkennen und zu behandeln. Und Sie können, denke ich mir, zustimmen, wie entsetzt ich bin, dass mittlerweile in ganz Deutschland die Frage der Frühbetreuung zugunsten der Fremdbetreuung in Krippen, also einer zu frühen Trennung von Mutter und Kind, fokussiert sind. Wir haben jetzt DDR-Verhältnisse. Bei der Erforschung, welche typischen Einflüsse es gibt, die frühe Beziehungsqualität, die das Kind erfährt, haben wir das mit meinem Team über 30 Jahre, etwa 15.000 Menschen, mal untersucht, was man verallgemeinern kann. Und wir haben typische Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörungen gefunden, über die ich jetzt aus Zeitgründen hier nicht ausführlicher sprechen kann. Das finden Sie aber in meinen Büchern, wenn Sie da mal reinschauen wollen. Aber ich will die Zusammenfassung, weil ich das für dann die Schlussfolgerung brauche oder Ihnen nahe bringen will, damit Sie mich besser verstehen können. Also wir haben vier Mütterlichkeitsstörungen gefunden mit spezifischen Auswirkungen der jeweiligen Entfremdung des Selbst, der Selbststörung. Ich will sie kurz benennen. Mutterbedrohung. Die Mutter will das Kind nicht, lehnt es ab. Es entsteht ein bedrohtes Selbst. Ein Mensch, der ein Leben lang die Welt als bedrohlich erfährt und von daher immer wieder denkt, ich muss mich schützen, ich muss mich wappnen, vielleicht sogar bewaffnen und der eine Kompensation sucht, indem er sich irgendwie durch Gewalt rächen kann. Mutterbesetzung wäre die Mütterlichkeit, die das Kind aussaugt, das alles haben will, energetisch vom Kind. Es entsteht das Besetzte selbst. Das Kind wird misstrauisch, zieht sich zurück, wird vorsichtig und wird in der Folge eben auch ein Mensch, der immer fürchtet, missbraucht, ausgenutzt zu werden. Also ein Mensch, der in Vorsicht, mit Rückzug lebt, um sich zu schützen vor möglichem erneuten Missbrauch. Muttermangel, das Häufigste, am Ende das Ungeliebte, selbst eine Mutter, die nicht genug Liebe hat, weil sie es nicht hat oder weil sie andere Probleme hat oder an ihre Karriere denkt usw. Ein Kind wird nicht verstehen können, dass das an der Mutter liegt. Es wird immer glauben, ich bin nicht gut genug. So entsteht eine grundsätzliche Minderwertigkeit, eine Selbstwertstörung mit einer ewigen Bedürftigkeit und Sehnsucht, doch noch geliebt zu werden, was aber nicht mehr funktioniert. Man kann, wenn man sich jetzt anstrengend beweisen will, dass man ein Guter ist, mächtig werden, reich werden, bekannt werden, aber wird nie die Liebe bekommen. Deshalb ist das narzisstische Kompensationssyndrom immer ein süchtiges, weil man nie zu dem mehr kommt, was eigentlich gebraucht wird. Die nicht erfolgte Liebe ist für immer verloren. Muttervergiftung, das sind die Mütter, die sagen, mein Kind, du musst so sein, wie ich dich haben will. Das heißt, das Kind wird von Anfang an abhängig. Jetzt orientiert sich auf die Mutter, weil die Mutter nicht sagt, ich will dich erkennen, mein Kind, wie du bist und dich fördern. Also es entsteht der abhängige Mensch, der ein Leben lang nach Ordnung, nach Führung sucht, der Menschen braucht, die ihm sagen, was richtig und falsch ist, was er tun oder lassen soll. Also der geborene Mitläufer, der Fan, das unkritische Partei- oder Gemeindemitglied, das Werbeopfer, das sich von dem, was von außen kommt, immer wieder beeindrucken lässt. Zu den Väterlichkeitsstörungen, der Vater Terror, der das Kind ablehnt, erzeugt damit ein Gehemd des Selbst. Das Kind bekommt Angst, sich zu expandieren, sich zu entwickeln. Es fürchtet dafür, bestraft zu werden und wird damit im Leben zum potenziellen Amokläufer, zum Revolutionär, zum Protestler, zum Attentäter, eben aber auch zum Kriegsbegeisterten. Solche Menschen kann man zum Krieg begeistern, weil sie eben den Hass für die frühe Ablehnung in sich tragen. Vater Erpressung, das wären die Väter, die erwarten, dass die Kinder so werden, wie sie sie haben wollen. Also ein unterdrücktes Selbst. Du musst tun, was ich von dir verlange. Vater Flucht, das sind die Väter, die kein Interesse haben an der Familie und an Kindern, die lieber Vorträge halten und so, um zu Hause zu sein. Die geben dem Kind nicht genug Anreiz, nicht genug Förderung. Das Kind bleibt sozusagen eher passiv im Muttersog und wird bequem. Im Grunde genommen Menschen, die keinen Bock haben, die keine Anstrengung wollen, die sich versorgen lassen, also am Ende die Loser, die Bequemen, die Faulen, die Hilfsbedürftigen, eben die mit ihrer Hilfsbedürftigkeit auch das Gegenüber prinzipiell verführen. Versorg mich doch, ich bin bedürftig. Also das lernen die durch die Vaterflucht. Und schließlich Vater Missbrauch. Das sind die Väter, die ihre Kinder zu ganz was Besonderem machen wollen. Die Antreiber, die Trainer ihrer Kinder. Es ist nie genug, alles unbegrenzt. Du kannst immer noch mehr schaffen. Eine tragische Entwicklung für solche Kinder, weil die immer das Gefühl haben, es ist nie genug. Es geht immer noch mehr. Also am Ende, wenn man in der Folge solcher frühen Beeinflussungen auf dem Siegerpotest, meinetwegen als Olympiasieger, steht und schon Tränen rollen, das sind nicht Freudentränen, sondern das endlich wird spürbar, welche Anstrengung das war, bis dahin zu kommen. Und am Morgen, am nächsten Morgen kann dieser Erfolg schon wieder verronnen sein. Das ist die Tragik dieser Menschen. Nun, damit habe ich mal ganz kurz die verschiedenen Formen der Selbstentfremdungen durch Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörung benannt. Ich muss jetzt mal zum weiteren Verständnis erklären, den Unterschied zwischen selbst und ich. Das selbst, verstehen wir das, was wir mitkriegen mitkriegen von Natur, genetisch als Gottesgeschenk, unsere je einmalige Existenz. Und Eltern wären im Grunde genommen diejenigen, die wie gute Gärtner dafür sorgen, dass sich das Selbstgut entfalten kann, nach seinen Möglichkeiten und Gesetzen und dass es nicht behindert, wie beschrieben oder eingeengt wird. Nun können Menschen aber mit all diesen Selbstentfremdungen, also bedroht, erpresst, unterdrückt, lieblos und so weiter, abhängig, nicht gut leben. Und wir haben eben Gott sei Dank Kompensationsmöglichkeiten über unsere Ich-Fähigkeiten. Das Ich wäre dann das, was in der Lage ist, etwas zu lernen, etwas zu erwerben, womit man jetzt diese Selbstdefizite irgendwie kaschieren, kompensieren, ablenken oder betäuben kann. Wir kompensieren meistens durch Leistung. Wir lenken uns ab durch, weiß ich, Handy, Fernsehen, PC, aber eben durch viel Arbeit. Wir können uns auch ablenken durch ständige Probleme, die wir uns machen. Alles dient dem Zweck, um ja nicht nach innen blicken zu müssen, sondern immer außen jetzt ein genügendes, feindliches oder beschwerliches Feld zu haben, um das man jetzt kämpfen muss. Oder wir betäuben uns. Na, wir trinken Alkohol, wir nehmen Zigaretten, wir betäuben uns mit Medikamenten, Schlafmitteln, Bürgungsmittel, aber auch Aufpautschmittel, Potenzmittel oder was auch immer. Also um etwas von der, von den seelischen Selbstdefiziten zu verbessern. Jetzt in dem Zusammenhang, wenn ich allmählich zur Gesellschaftsproblematik übergehe, muss man sagen, unser Selbst ist nie unbegrenzt, sondern immer begrenzt in seinen individuellen Möglichkeiten. Unser Selbst ist nie weltoffen, sondern immer bezogen, beziehungsdynamisch bezogen. Und unser Selbst kann nie global sein. Es kann immer nur ganz individuell sein. Wenn wir also Globalisierung als eine Entwicklung nehmen, ist es zwangsläufig, dass Menschen an ihrer Selbstproblematik in die Krise kommen, weil das nicht ihren seelischen Möglichkeiten entspricht. Fremde und Fremdes sind zwangsläufig beängstigend und bedrohlich und zwar so lange man nicht über die fremde neue Situation oder Fremde weiß, wie verhält es sich jetzt mit der eigenen Bedeutung, mit der eigenen Sicherheit und mit dem eigenen Territorium. Wenn das wieder gesichert ist, dann kann man auch Fremde und Fremdes gut akzeptieren. Wir Menschen sind soziale Wesen und das heißt, wir brauchen unbedingt Sprache, wir brauchen Regeln, Rituale für unsere Beziehungen, wir brauchen Gesetze, Strukturen also und das heißt, wir brauchen Partnerschaft, wir brauchen Familie, wir brauchen Freundschaft, wir brauchen Vereine, eventuell Religion, aber wir brauchen vor allen Dingen auch Heimat, Region, Nation, die uns Halt geben, die Zugehörigkeit ermöglichen und das ist umso wichtiger, je größer die Selbstentfremdung am Anfang gewesen ist, umso mehr brauchen wir später diesen äußeren Halt. Nun, jetzt der Unterschied zwischen äußerer und innerer Demokratisierung. Äußere Demokratie ist uns verordnet. innere Demokratisierung wäre erst dann erreicht, wenn wir unsere Selbstentfremdungen, also was genannt ist, das Bedrohte, das Ungeliebte, das Abhängen und so weiter, wenn wir das wüssten, wenn wir es akzeptieren können und damit umgehen lernen, also kontrollieren, beherrschen und so weiter, denn wenn nicht, werden wir an dem unbewussten Selbstentfremdungen krank, Gott sei Dank können wir krank werden, das meine ich nicht zynisch, weil die Krankheit eine Möglichkeit eröffnet, jetzt etwas zu verstehen von den krankmachenden Selbststörungen. Das wäre im Grunde genommen in einer ganzheitlichen Therapie oder Medizin die notwendige Herausforderung, das mit Patienten zu bearbeiten. Wenn wir aber nicht krank werden oder nicht krank werden wollen, müssen wir im Grunde genommen den inneren Stress der Selbstentfremdung sozial austragen. Dann sind wir in Gefahr zu projizieren, in anderen etwas zu erkennen, was wir bei uns nicht wahrhaben wollen und dann stellvertretend dort zu bekämpfen. Also dann schaffen wir uns Feinbilder und Sündenböcke. Nun, wir nennen diese Form des sozialen Außergierens sagen wir im allgemeinen Begriff Neurose. Die Neurose ist sozusagen dann ein Segen für unser Überleben, nämlich zur Kompensation unserer Selbstentfremdungen. Aber sie wird zum Fluch für ein eigentliches, authentisches, ehrliches Leben, weil wir das nicht mehr zur Verfügung haben. Die Neurose bedient sich dann auch gerne der Moral, der Humanität und Religion. Mit so großen Worten wie Menschlichkeit, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Barmherzigkeit, Güte, Wohltätigkeit, Mitgefühl werden die zentralen Defizite, die wir alle in unserer nordischen Störung haben, angetriggert, die eben im frühen Leben unerfüllt geblieben sind. So entstehen auf der einen Seite die sogenannten Gutmenschen. Der Gutmensch, der im unendlichen Bemühen, Gutes tun zu wollen, irrational glaubt, damit seine ungestillte Sehnsucht befriedigen zu können, und das Kindheitstrauma durch den Beweis, doch ich bin ein Guter, endlich heilen zu wollen, was nie funktionieren kann. Aber seine Einstellung ist, helfe ich dir, so ist vor allem mir geholfen. So werden Hilfsbedürftige wie Drogen gebraucht. Wenn man so will, kann es nie genug Migranten geben. Der Bösemensch dagegen projiziert seinen berechtigten Hass, den Hass, den er aus früher Traumatisierung hat, die Täter waren die Eltern, also seinen berechtigten Hass, der wird eben nicht auf die Eltern oder gegen die Eltern gerichtet, sondern später auf dafür aufgebaute Feindbilder, an denen nun der Hass gerichtet wird. Die haben aber eigentlich ursächlich damit gar nichts zu tun. Das Problem entsteht nur dann, wenn man Feindbildern, Übeltätern auch real etwas nachsagen kann, aber die Reaktion heftiger ist, dann spürt man, ja, das ist zwar berechtigt, die Aggression, aber sie ist überzogen. Das heißt, da fließt dann der frühe Hass mit ab. so wird die Realität im Gutmensch entweder illusionär geschmückt oder im Bösmensch irrational beschmutzt. Die Wahrnehmung des real Bedrohlichen und auch das wirklich Humanitäre sind in Deutschland offensichtlich erheblich eingeengt. Also, wir kennen das weiter so als politische Haltung. Die Bundeskanzlerin kann nach Wahlniederlagen keine Fehler erkennen. Sie bezeichnet politische Entscheidungen für alternativlos. Das ist ein solcher Schwachsinn, weil es ist nie alternativlos. Danke für den Applaus, aber wir tolerieren das, dass Sie solchen Unsinn politisch durchsetzen kann. Ganz schlimm wird es, wenn führende Politiker ihre diplomatische Kontenanz verlieren. Das haben wir ja seit Pegida erlebt, wenn plötzlich Politiker davon sprechen, dass das Volk Pack ist, Mischpoke, dass es Rattenfänger sind. Oder, wenn wie unlängst in Chemnitz die eigene Regierung ihr eigenes Volk denunziert. Wenn zum Beispiel der Mordanschlag von Migranten zu Hetzjagden gegen Ausländer umgedeutet wird, die es in dem Sinne nicht gegeben hat. Und der Maßen als einer der höchsten Beamten, der die Wahrheit spricht, dafür entlassen wird, wo sind wir hingekommen, dass so etwas möglich wird. Wenn unser Volk wie ehemals von Herrn Gauck in hell und dunkel Deutschland geteilt wird, das ist Hetze von ganz oben. Wenn Kritiker, wie wir es zur Kenntnis nehmen müssen, mit großem Hass als Populisten, Rechtsnationale, Rechtsextremisten, als Nazis verfolgt und beschimpft werden. Und wenn all das eben nicht mehr wie in einer funktionierenden Demokratie durch Opposition oder Journalismus entsprechend aufgedeckt wird, dann befinden wir uns in der Diktatur einer Irrationalität. Politische Korrektheit ist dann keine Orientierungshilfe für soziale Rücksichtnahme mehr, sondern nur noch zur Unterdrückung jeder unerwünschten Wahrheit. Außerparlamentarischer Protest in den Sozialmedien oder auf der Straße wie Pegida oder durch das Erstarken der AfD sind Symptome dieser Gesellschaftskrise. Der Kampf gegen Rechts entspricht in etwa einer symptomunterdrückenden Schmerztherapie in der Medizin und damit medizinischen Kunstfehler, wenn nicht die Ursachen erkannt und behandelt werden. Also es müssten auch, wenn es ein Erstarken von Rechts gibt, dann muss die politische Aufgabe es nicht zu bekämpfen, sondern ursächlich zu verstehen und die Bedingungen zu verändern, die solche abnormen Entwicklungen unterstützen. Wir müssen also feststellen, dass unsere bisherigen Drogen in unserer Konsumwelt, Drogen unserer Selbstentfremdung zu kompensieren, nicht mehr so funktionieren. Also auch das, was wir bisher als Demokratie verstehen, aber auch als äußere Freiheit und äußere Liberalität, die nicht innerseelisch verankert wird, wird zunehmend zu einem Problem. Und so kann man sagen, Deutschland befindet sich zur Zeit wie im kalten Entzug, durch dessen Labellisierung wie beim Drogenentzug eben irrationales Verhalten zunimmt. eine äußere Demokratie braucht Mehrheiten und ist damit ständig in Gefahr, dass durch Manipulation, Korruption und Lobbyismus Macht missbraucht wird. Im Kampf um den Aufstieg auf einen Listenplatz der Partei sind die Narzissten im Vorteil. Deshalb müssen wir davon ausgehen, wer in den höchsten Rängen ist, kann nur noch Narzisst sein. Anders ist es nicht mehr denkbar. Denn die Selbstwert Problematik ist der Stachel im Fleisch eben durch besondere Anstrengungen und Leistungen, aber eben auch durch Dreckserei, Betrügereien und so weiter, die eine liebessatte Seele niemals aufbringen würde, zu beweisen, dass man doch ein liebenswerter und besonderer Mensch ist. Aber Liebe kann man sich eben nicht verdienen. Sie wird geschenkt oder eben nicht. Der Narzisst muss seine eigene Position immer hoch loben, Größen selbst, und dann aber stellvertretend die anderen abwerten, damit das Verhältnis gesichert wird. Und das ist genau die Situation einer Parteiendemokratie. So aufzutreten, als hätte man zweifelsfrei in dieser Partei die überlegene Position und Meinung und der politische Gegner liegt unbedingt falsch oder ist sogar minderwertig, dunkel oder ganz und gar böse. Bereits der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 1976 festgestellt, dass es in einer Demokratie nicht um die allein richtige Meinung gehen kann, sondern dass Meinungen kontrovers sein können und selbst solche Positionen, die verletzen, schockieren, beunruhigen, schützenswert sind. Wenn eine Position heute als fortschrittlich und eine Gegenposition als rückständig bezeichnet wird, ist das ein Symptom einer narzisstischen Störung und Falschbewertung, die den demokratischen Disput zu einer Meinungsdiktatur dekradiert. Wenn es jetzt darum geht, das hören wir immer wieder, mit denen reden wir nicht. Das ist keine demokratische Partei, obwohl so gewählt. Jetzt fängt man langsam an, naja, wir müssen mal zuhören, mit denen müssen wir reden und meint damit, wir müssen jetzt so reden, dass die Dummen endlich begreifen, dass sie dumm sind und das übernehmen, was wir ihnen zu sagen haben. Das ist immer noch keine Demokratie. Demokratie wäre der Disput, wenn ich mit Andersdenkenden mich hinsetze und davon ausgehe, dass der Andersdenkende auch Recht haben kann und ich mit meiner Meinung auch falsch liegen kann. Nur dadurch wird ein demokratischer Disput gewährleistet und den haben wir schon lange nicht mehr. Da ich in meiner Arbeit natürlich mit der Frühbetreuung zu tun habe, ist mir das Mutterthema besonders wichtig. Das Mütterliche verstehe ich als einen zeitlos menschlichen Wert. Und wenn heute zum Beispiel Frauen ihre Mutterrolle einnehmen wollen und dann als vormodern oder mittelalterlich bezeichnet werden und dies zum Mainstream wird, dann haben wir demokratische Verhältnisse längst verlassen und sind in einer narzisstischen Normopathie befangen. Die sich dann machtpolitisch erhebt und die Fremdbetreuung, die frühe Fremdbetreuung sozusagen durchsetzen will. Ich will nur ein ganz einfaches Beispiel. Ein Krippenplatz, also Kinderkrippe eher nein, Kindergarten ja, ab drittem Lebensjahr ist was anders. Ein Krippenplatz wird staatlich mit etwa 1500 Euro pro Kind und Platz subventioniert. Könnte man jeder Mutter geben. Das ist eine politische Entscheidung. Sodass ich davon ausgehe, dass es nicht nur um ökonomische und Arbeitskräfte und so weiter geht. Nein, es ist nach meiner Befürchtung ein viel tieferer Grund, die Fremdbetreuung wieder zu favorisieren, damit man später wieder konsumentenabhängige Soldaten und so weiter hat, also selbst gestörte Menschen. Denn ein Hauptsymptom der narzisstischen Störung, die ja durch eine schlechte Frühbetreuung entsteht, ist die Empathielosigkeit desjenigen, also ein krankhafter Selbstbezug, der zwar eine Überlebenstrategie ist, damit kann man leben, aber das Mitgefühl für andere geht verloren. So erklärt sich dann nicht nur unsere Spaltung in Reich und Arm oder die Alters- oder Kinderarmut, Hartz IV oder prekäre Arbeitsverhältnisse, Pflegenotstand, die wir so hinnehmen, sondern eben auch eine doch gnadenlose, gefühllose Umweltzerstörung und Zukunftsvernichtung als Folge unserer narzisstischen Gier. Nun, wenn wir unsere eigenen Fehler und Schwächen und Begrenzungen nicht mehr zur Kenntnis nehmen wollen, aus unseren Selbstentfremdungen und dann politische Entscheidungen favorisieren, die dazu beitragen, dass wir eben nicht selbst angefragt werden, sondern dass gesagt wird, es wird schon alles, wir schaffen das, es wird schon alles, dann wird die Regierung, das sage ich dann erneut, Frau Merkel, eine Politikerin als Opium für das Volk, weil sie so auftritt, dass sie den Eindruck erweckt, wir schaffen das alles, ist alles kein Problem und viele, viele Menschen möchten das gerne glauben, dass es so weitergeht und alles so schaffbar ist, weil, und das ist wieder die Erklärung, also das, was da unerträglich im Grunde genommen ist, wird deshalb angenommen, weil damit die eigene Selbstentfremdung geschützt bleibt und das ist das Problem im Wechselspiel zwischen unten und oben. Nun halten wir fest, dass eine äußere Demokratie dann zum falschen Leben wird, wenn sie eine narzisstische Normopathie ermöglicht oder sogar befördert. Wenn das regulierende Zusammenspiel der verschiedenen gegenteiligen oppositionellen Kräfte verloren geht, das Pro und Contra aus dem Gleichgewicht gerät, weil die gemeinsame Vision, die man braucht in einer äußeren Demokratie nicht mehr vorhanden ist. Also in der DDR waren wir am Anfang beruhigt, wir sind jetzt die besseren Menschen, Antifaschisten, alles. Die Idee Frieden und Sozialismus hat geholfen, eine Ideologie, um sozusagen die eigene Entfremdung und schuldhafte Beteiligung an der Vergangenheit bereinigen zu wollen. Und heute oder in Westdeutschland war es Wirtschaftswunder, Konsummöglichkeiten, Wohlstand für alle, was lange gute Möglichkeit war, auch die eigene Selbstentfremdung zu beholigen, zu kompensieren. Und wenn das jetzt verloren geht, die sozialistische Vision ist verloren gegangen, daran ist die DDR kollabiert, es ist keine Revolution gewesen, nein, die sind kollabiert und wir sind auf der Straße mit der Kerze in der Hand schön als Begleitmusik marschiert, aber zu glauben, wir hätten das System überwunden, das ist so naiv, also, die sind kollabiert an ihrer eigenen Schwäche. Und heute, wenn also praktisch die Verheißung des Wohlstandes für alle, des ständig weiteren materiellen Wachstums eine Grenze erreicht, dann taugt die bisherige Abwehrleistung, die Kompensation der eigenen Selbstentfremdung nicht mehr, dann fällt die Kompensation weg und wir stehen wieder nackt vor der eigenen frühen Störung und das ist die Geburtsstunde der Irrationalität. Jetzt muss irgendwas Neues gefunden werden, damit wir ja nicht erkennen, dass wir Betroffene sind, jetzt brauchen wir Feinde, jetzt müssen wir irgendjemanden für schuldig erklären, damit das weiter so oder dass irgendjemand schuldig wird, wenn ich daran denke, wie viel Mühe und Ideologie und Geld ausgegeben wird, um einen Kampf gegen Rechts zu mobilisieren, als stünde ein neues Nationalsystem vor uns, wenn ich mir das überlege, das ist eine Fehlleitung, damit die Menschen nicht erkennen können, dass wir alle in einer schweren Gesellschaftskrise sind, es geht so nicht weiter, wir brauchen neue Lebensformen. Auch die großen demokratischen Errungenschaften Freiheit und Liberalität befördern dann eine gesellschaftliche Fehlentwicklung, wenn sie nicht innerseelisch verankert werden, also das abhängige Selbst, Muttervergiftung, das nicht erfahren und lernen konnte, wer man selbst ist, was man will und braucht und kann, sondern schnell herausfinden musste, was man soll und muss, bleibt ein Leben lang auf der Suche nach sich selbst. Und das heißt, dass dann äußere Freiheit zur permanenten Verführung und Versuchung wird, um bei unbegrenzten Möglichkeiten mit verlorenem Selbst nie wirklich anzukommen. Dagegen weiß das eigenständige Selbst, was es möchte und braucht, was zu einem passt und was nicht. Das Greifte, das Autonome, das Selbstbewusste selbst freut sich der freiheitlichen Möglichkeiten, wählt dann aber das Passende und kann auf die unendliche Vielfalt entspannt verzichten. Freiheit also als grenzenlos suchende Qual oder als Chance und Herausforderung sein Selbst individuell zu entfalten und damit Sinn zu erfahren. Wie groß mag die Zahl vor allem junger Menschen sein, die sich ohne Selbstorientierung in der äußeren Freiheit verlieren, die immer wieder anfangen, ohne je fertig zu werden, die von allem kosten und probieren und nie satt werden und ewig suchen, ohne anzukommen. Liberalität heißt Toleranz und Respekt gegenüber der Vielfalt, der Verschiedenheit und Andersartigkeit. Damit Liberalität aber nicht zu einer wertlosen Beliebigkeit oder zu einer Selbstentfremdung transportierenden Ideologisieren pervertiert, sind allgemeine Regeln, Gesetze und Vereinbarungen notwendig. Die Liberalität braucht einen ethischen Rahmen, der dann zum Beispiel durch den Hass bedrohter, besetzter, gehemmter Selbst nicht eingehalten werden kann oder durch den pathologischen Eifer der narzisstischen und leistungserfolgssüchtigen Selbst ständig mit politischen, ökonomischen und moralischen Argumenten verletzt wird. Gesunde Selbst wissen aus erprobter Selbsterfahrung, was richtig und was falsch ist, wo Grenzen sind, was Würde ist. Sie sind also ideologiefrei, suggestionsgeschützt, nicht manipulierbar und realitätsbezogen und im Zweifelsfall zur kritischen Auseinandersetzung in der Lage mit Selbsterkenntnis und ohne Projektionszwang. Liberale Achtung vor der Würde eines Jeden kann nicht bedeuten, dass alles gleichermaßen gültig und damit letztlich auch gleichgültig wird. Wer heterosexuelle Ehe und Familie als Grundlage einer Gesellschaft sieht, ist weder homophob noch diskriminierend. Wer die Probleme der Integration von Migranten oder von Parallelgesellschaften und Multikulti-Konflikte anspricht und kritisch aufzeigt, ist weder fremdenfeindlich noch rassistisch, sondern realistisch. Und wer die bestehende Gesellschaftskrise kritisiert, ist nicht automatisch ein Rechtspopulist, sondern eben auch ein Realist. Die Spaltung in Gut und Böse, die wir im Moment auf dieser Weise in unserer Gesellschaft erleben, Spaltung in Gut und Böse, ist eines der primitivsten Abwehrvorgänge unserer Seele. Ich gut, du böse. Aber sie herrscht. Wenn ich mal nur an die Tagespolitik und die allermeisten Medien denke, dann wird über wesentliche, unser aller Leben belastende bis bedrohende Entwicklungen, zum Beispiel über Flüchtlinge und ihre Kriminalität, über Migration im Allgemeinen und den Migrationspakt, über die Integration von Fremden und Fremdem, über den Islam, über Europa, die Europolitik, über die Kanzlerin, fast durchgängig, einseitig, positiv, kritikvermeidend, populistisch, suggestiv, wohlwollend und irrational berichtet. Andere große Themen, die ebenso unser aller Leben betreffen, wie zum Beispiel USA und Trump, Russland und Putin, Ungarn und Orban und die jeweiligen Wähler, über Polen, den Brexit, über rechtskonservative Strömungen und Regierungen in Europa und vor allem über Pegida und die AfD und natürlich über den Innenminister Seehofer einschließlich Maaßen, wird einseitig negativ, abwertend, verächtlich, falsch, moralisierend berichtet. Eine solche Spaltung der Welt in die Guten und die Bösen verrät einen solchen primitiven Abwehrmechanismus, mit dem eine schwer erträgliche und bedrohliche Realität durch Diffamierung und irrationale Illusionen in eine Kampfarena gepresst werden, die bei damit angestachelter Gegnerschaft nun die schmerzhafte Erkenntnisse unserer eigenen schuldhaften Beteiligung abwehrt. Die Irrationalität, die herrscht, kann man im Moment erkennen, dass Realitäten in jeder Hinsicht verleugnet oder zurechtgebogen werden, dass bisherige Überzeugungen, Einstellungen und Entscheidungen gnadenlos verteidigt werden. Es ist nicht zu erwarten, dass die Beteiligung sagen, tut uns leid, wir haben uns geirrt. Aber das ist narzisstisch schon schwer auszuhalten. Aber es ist eine wesentliche Dimension tiefer. Wenn der Narzissmus, also ich bin doch großartig, Kompensation früher Not, frühen Hasses, frühen Schmerzes ist, dann wäre die Erkenntnis, ich habe geirrt, es war falsch, wäre eine existenzielle Bedrohung, man wäre wieder mit der frühen Bedrohung konfrontiert. Deshalb ist es nicht zu erwarten, dass jemals von den Mächtigen Fehler eingesehen werden, geschweige denn, dass sie verändert werden können, weil sie damit ihre eigene, ganz persönliche Problematik erkennen und infrage stellen müssen. In Deutschland hat dieser Kampf gegen Realitäten einen spezifischen Charakter. So wird der Kampf gegen Rechts und die alle Argumente erschlagende Keule, du Nazi, du Rassist, bis hin zu Deutschland, du Stück Scheiße. Man muss sich mal überlegen, wie krank müssen Menschen sein, die in Deutschland leben und sagen, Deutschland, du Stück Scheiße. Wie krank. Wenn ich da nach einer Deutung frage, ist natürlich klar, Deutschland hat mit Krieg und Holocaust schwerste Schuld auf sich geladen, aber diese Schuld ist niemals als individuelle Schuld der mehrheitlichen Mitläufer und Mittäter verstanden werden worden oder gar behandelt worden. Es gab keine innerseelische Demokratisierung und das sollten wir uns für die heutige Situation eben auch zu Herzen nehmen. Ich habe hier wieder Hannah Arendt befragt, die ja mit der Banalität des Bösen im Eichmann-Prozess ja damals Aufsehen errögte, dass die Bösen eben nicht die Monster sind, sondern wir, die Durchschnittsmenschen eben mit unserem aufgestauten Bösen aus unserer Frühstörung. Hannah Arendt, ich habe es immer für den Inbegriff moralischer Verwirrung gehalten, dass sich in Deutschland der Nachkriegszeit diejenigen, die völlig frei von Schuld waren, gegenseitig und vor aller Welt versicherten, wie schuldig sie sich fühlten, wohingegen nur wenige der wirklichen Verbrecher bereit waren, auch nur die geringste Spur der Reue zu zeigen. Also, wir müssen unterscheiden, zwischen einer realen Schuld und einer neurotischen Schuld. Die neurotische Schuld ist die, die man braucht, die man sich schuldig einredet, beginnend meinetwegen jetzt bei Muttermangel, narzisstischer Problematik. Ich bin schuld, dass Mutter mich nicht liebt. Dort beginnt im Grunde genommen die neurotische Schuld, statt zu sagen, die Mutter ist nicht in Ordnung, sie ist nicht zur Liebe bereit oder fähig, das würde eine Auseinandersetzung fördern, es wäre auch nicht besonders erfreulich, aber das Kind könnte gesund bleiben, würde nicht einen narzisstischen Sog der Schuldgefühlshaftigkeit gezwungen werden. Sodass im Grunde genommen wir uns alle fragen müssten und ich der Nazi, ich die Stasi, ich der Hetzer, ich der Narzisst, dann sind wir alle aufgerufen, unser falsches Leben zu identifizieren und nach neuen Lebensformen zu suchen. Dazu bedarf es einer innerseelischen Demokratisierung. Also, dass wir unsere eigenen Ängste, Bedrohungsgefühle, Defizite, Fehler, Schwächen, als Quelle unserer normopathischen Beteiligung begreifen. Und wenn Sie danach fragen, ja, was kann man denn machen? Also, ich kämpfe darum, in erster Linie, dass verständlich wird, dass die Frühbetreuung von Kindern zu optimieren ist. Damit wäre schon Wesentliches gewonnen, um die Selbstentfremdungen zu vermindern und damit mit all den Folgen. Bei innerseelischer Demokratisierung wären Menschen besorgt, das eigene individuelle wie gesellschaftliche destruktive Leben verändern zu wollen. Sogenannte Gutmenschen brauchten keine Bösen mehr, um sich irrational gut fühlen zu können, weil sie auch das eigene Böse nun kennengelernt und integriert haben. Und sogenannte Bösmenschen hätten keinen Grund mehr, ihren aufgestauten Hass sozial auszuagieren, weil sie Wut und Hass als Ausdruck der eigenen lebensgeschichtlichen Verletzungen identifizieren und angemessen verarbeiten können und damit dann auch das eigene Gute zur Geltung bringen können. So ist für mich der Weg von einer noch nicht vorhandenen innerseelischen Demokratie, den ich als Beziehungskultur nenne. Beziehungskultur wäre das Bemühen eines jeden von uns, meine eigene Selbstentfremdung zu erforschen. Das kann ich mit mir machen, das kann ich mit Freunden machen, notfalls auch mit Therapeuten. Und über diese erkannte Selbstentfremdung nun auch die berechtigten Empörungen, Wut, Hass, Schmerz, Trauer zum Ausdruck bringen, damit ich es nicht mehr bei anderen projektiv denunzieren muss. Und dann im Grunde genommen eigenes Verhalten, klarer Positionieren, klarer Protest in der Lage bin, ohne Hass. Eine klare Haltung, glaube ich, ist eine beste Hilfe, wenn ich sage, ich bin das Problem, ich kenne die eigene Problematik, dann kann ich auch rational Protest ausüben, Kritik üben und bin nicht in Gefahr, nun das Irrationale zu akzeptieren und selber zu produzieren. Vielen Dank für Ihre lange Geduld mit mir. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020